Hey Leute, willkommen im elfen Teil von Operation Wildfire. Heute geht es weiter mit Deathmatch. Wir müssen 30 Leute mit einem Auge oder mit einem SG holen. Und im Zoom-Modus gibt es sogar 10 Extra-Punkte. Aber würde ich sagen, wir hören uns den Felix erstmal an. Ja, das Problem ist, also wundert euch jetzt nicht, ich habe jetzt schon einen Kill auf dem Zähler, weil ich habe für uns die Aufnahme gestartet und da ist das Spiel abgeschmiert. Warum auch immer. Ja, ärgerlich. Aber das passiert. So, aber es war auch ganz gut, weil vor uns waren eh nicht so viele Leute da, es waren nur Bots. Das war komisch. Und da wird man auch gleich vor Bord geholt. Ja gut, 30 in 3 Minuten, das kriegen wir nicht hin. Ich hoffe, die wählen dann die Map nochmal. Ist der wieder ein Bild hatte, ey. Ach, der wieder. Ah, ist 90. Ah, der wieder. Ach, der Bär mit Gewehr wieder. Ah, ich schreibe mich, wie die Leute mit den Symbolen auf die Idee kommen. Und ob er das selbst kreiert hat oder bloß geklaut. Ah, ich muss zu Ranzoom, verdammt. Oh. Fast ohne Zoom. Krass. Nur noch elf, Leute. Äh, zwölf. Ne, doch elf. So. Oh Gott, wie heißt denn die Map? Hoffentlich will die die jetzt. Ich glaube, irgendwas mit S. Bär mit Gewehr. Ach, Gott sei Dank. Ob das ein Deutscher ist? Ja, tatsächlich. Oh Mann, ey. Ja, der hat schon länger kommen, das Drake. Ich glaube, Breakout. Die Breakout-Manser hat er. Ich glaube, das ist auch wieder mit am Start. Bär mit Gewehr. Leider auf unserer Seite. Oh nein, ich habe den, glaube ich, ohne Zoom geholt gerade, ne? Oh. Mega. Sonst wird es extra Funde gegeben. Kommt man hier rüber? Hm, tatsächlich. Ja. 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 Das ist einer von uns, oder? Ach, kommt gleich drei mit einmal. Ah, 79 nur. Oh, Gott sei Dank hat er uns geholt. Das wäre es fast wieder gewesen. Jetzt sehe ich keinen mehr. Hier, los. Oh, so ein Camper. Oh, das war knapp, ey. Jetzt wäre ich AP nur noch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, ich wundere es gerade, dass wir so wenig sehen, aber gerade ging es. So, bloß noch drei. Und jetzt bloß noch einen und dann müssen wir nur noch die Runde hier überstehen. So, haben wir es geschafft. Ach, es nervt mich, dass wir leider nur einen geholt haben. Äh, dass wir bei einem No-Scope hatten. Ah, zum Glück haben wir noch mal zurück. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt auch noch die extra Punkte kriegen. Ich glaube nicht. Ah, wir werden es sehen. Ich glaube nicht. Hat er schon auf mich gewartet? Was, wo war der? Ach, dort hinten. Hm, na. Hm. 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 Nice shot. Hey, hey, hey. Oh, da war er sauer. Ich weiß gar nicht, wie kommt man dort rein in dieses Fenster, wo die immer alle rausschießen? Okay. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah, jetzt sind wir hier. Muss doch gleich einer kommen, oder? Ach, verdammt. Hm. Hm, wenigstens noch den anderen geholt. Ah, und noch gewonnen. Sehr schön. Mal gucken, was es jetzt am Bonus gibt. Ach, doch. In dem Fallen. Super. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Schreibt es her inRoad. Top of the Forest gives her in peace of mind. Vielen Dank.